Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lars Reimel von HK Audio Professional und ich freue mich heute hier dem ProAudio.tv Team die neue Linear 7 Serie präsentieren zu dürfen. Und hier links von mir haben wir zwei Subwoofer der Linear 7 Serie sowie das Topteil 112FA und wer sich mit der 25-jährigen Geschichte der Linearserie bei HK Audio auskennt, wird viele Gemeinsamkeiten zum bestehenden Portfolio der Linear 5 und Linear 3 Serie feststellen. So haben wir bei den Top-Teilen das gleiche Frontgitter. Wir haben bei den Top-Teilen ein Hybridgehäuse aus Birke Multiplex und MDF. Wir haben jetzt hier nicht im Bild aber auf der Distanzstange befestigt den Duo Tilt Adapter. Eine kleine Erinnerung gibt es bei dem Subwoofer, der ein reines Birke Multiplexgehäuse hat für eine wesentlich höhere Stabilität und vom Design her ein etwas modifiziertes Frontgitter. Gemeinsamkeiten weiterhin sind bei den Top-Teilen die zahlreichen Flugpunkte und Mechanikmöglichkeiten, sodass ich sowohl einfaches Cluster-Building als auch die Top-Teile fliegen lassen kann. Ich habe die Multi-Grip-Griffe in den Top-Teilen der Linear 7 Serie bei den 112FA und 115FA sowie beim Subwoofer Sub 118A. Die Linear 7 Serie hat darüber hinaus aber zahlreiche neue Features bekommen, die dazu beitragen, dass wir nicht nur einen noch besseren Klang erreichen, sondern auch einen wesentlich effizienteren Workflow realisieren können. So haben wir integrierte Netzwerksteuerung, die ich nachher noch im Detail erläutern werde. Wir haben professionelle Anschlüsse, die ich gleich im Detail, wenn wir mit der Kamera etwas näher gehen, genauer zeigen werde. Wir haben integrierte DSP-Technologie, die ich sowohl via Netzwerk als auch am Gerät selber steuern kann. Und damit wären wir dann auch schon beim Subwoofer, so dass wir uns dem jetzt etwas genauer zuwenden. Hier beim Subwoofer Linear 7 118 Sub A haben wir für die Stromversorgung einen professionellen Powercon-Anschluss, als erster Unterschied auch zur Linear 5 oder Linear 3 Serie und einen Powercon-Link-Anschluss zur Speisung von bis zu drei weiteren Linear 7 Lautsprechern mit Strom, so dass wir eine einfache, schnelle und sichere Verkabelung auf den Bühnen gewährleisten können. Und dieser Powercon-Link-Anschluss ist auch permanent aktiv. Das heißt, selbst wenn dieser Subwoofer ausgeschaltet ist, wäre dieser mit Strom versorgt. Nun wenden wir uns den weiteren Anschlüssen für Audio und Netzwerk zu. Hier eine kleine Besonderheit, bevor wir auf die Anschlüsse eingehen. Die Linear 7 Serie wird wie auch das weitere Pro Audio Portfolio von HK Audio nicht nur in Deutschland entwickelt, sondern auch in Deutschland hier im Saarland in St. Wendel produziert. Und da wir da sehr stolz darauf sind, haben wir das auch hier entsprechend vermerkt. Doch nun zu den wichtigen Eigenschaften. Die Linear 7 Lautsprecher verfügen über einen XLR Klinkeneingang. Hier beim Subwoofer sind es zwei, so dass ich auch ein 2.1 Setup relativ einfach realisieren kann. Zu jedem analogen Eingang gibt es einen analogen Ausgang zur Weiterleitung des Signals. In diesem Falle an den nächsten Subwoofer und von dort zum Top-Teil. Ich habe einen Gain-Regler für den Eingang und ich habe hier zwei Ethernet-Anschlüsse als Ether-Con-Anschlüsse ausgelegt für eine professionelle Netzwerkverkabelung, so dass ich im Daisy-Chain-Verfahren alle Lautsprecher in einem System miteinander vernetzen kann. In jedem Linear 7 Lautsprecher, sowohl im Subwoofer als auch in allen vier erhältlichen Top-Teilen, befindet sich ein Hochleistungs-DSP, der es ermöglicht, verschiedene Einstellungen in den jeweiligen Lautsprechern vorzunehmen. Weiterhin besitzt jeder Lautsprecher einen DSP-Ausgang, den wir hier sehen. Dieser ermöglicht es, dass ich in der Software, die wir uns später noch anschauen werden, einen nicht netzwerkfähigen Lautsprecher trotzdem modifizieren kann, fernsteuern kann und somit in ein bestehendes Linear 7 Setup mit einbinden kann, ohne auf die Vorteile der Netzwerktechnik verzichten zu müssen. Ebenfalls besitzt jeder Linear 7 Lautsprecher insgesamt vier integrierte Presets. Wenn ich also ein Setup aufbaue, welches ich ohne Netzwerksteuerung live betreiben möchte, kann ich auf die integrierten Presets zurückgreifen. Hier beim Subwoofer wären das im ersten Presetschacht Front. Das ist für die normale Aufstellung, wenn der Subwoofer von der Bühne weg zum Publikum strahlt. Habe ich einen Cardioid-Aufbau, so habe ich zwei weitere Möglichkeiten. Zum einen die Cardioideinstellung, die wir jetzt hier sehen, mit zwei Subwoofern oder aber auch Cardioid 2.1 mit drei Subwoofern. Und damit ist es auch schon ein sehr besonderes Feature der Linear 7 Serie genannt, dass wir ohne großen Aufwand Cardioid-Setups umsetzen können, indem ich einfach meine Subwoofer entsprechend aufstelle, das korrekte Preset wähle und schon ein leistungsfähiges Cardioid-Setup auf der Bühne realisiert habe. Das vierte Preset ist bei allen Lautsprechern wiederum gleich. Dabei handelt es sich um das Remote Preset und das sind die Einstellungen, die ich in der Software vornehme und in den Lautsprecher hineinladen kann. Bei den Top-Teilen unterscheiden sich die Presets dahingehend, dass wir keine Cardioid-Setups haben, sondern da geht es eher um die Aufstellung mit Subwoofer, ohne Subwoofer als Monitornutzung. Das schauen wir uns gleich an, wenn wir das Top-Teil in der Nahaufnahme haben. Insgesamt gibt es in der Linear 7 Serie vier Top-Teile, darunter die 112FA, welche wir hier neben mir sehen, die 115FA, welche vom Anschlussfeld her identisch ist. Darüber hinaus gibt es die 110XA und 112XA, welche sich im Gehäuseformat etwas unterscheiden und dadurch ideal als Monitor auf der Bühne platziert werden können. Alle vier Top-Teile verfügen über einen professionellen Power-Con-Anschluss für die Stromversorgung, einen XLR-Klinke-Kombi-Eingang, den wir hier sehen. Einen entsprechenden Through-Ausgang, ebenfalls als XLR ausgelegt, zur Weiterleitung des Audiosignals zu Bühnenmonitoren, weiteren Top-Teilen. Und wir haben hier den, ebenfalls beim Subwoofer auch zu finden, DSP-OUT, der es erlaubt, eine nicht netzwerkfähige Box mit der HK-Audio DSP-Control-Software anzusteuern. Wir haben, wie auch beim Subwoofer, professionelle Ether-Con-Anschlüsse für die Verbindung im Daisy-Chain-Modus zur Einbindung der Top-Teile in das Audio-Netzwerk. Hier oben rechts haben wir, wie auch beim Subwoofer, die vier schon angesprochenen Presets, die sich bei den FA-Top-Teilen wie folgt aufgliedern. Unter Preset 1 finden wir den Flat-Modus. Preset 2 ist ein Boost, der es erlaubt, die Box auch ohne Subwoofer zu betreiben, so dass auch der Low-Mit-Bereich besser betont wird. Verwende ich die Box mit einem Subwoofer, dann würde ich Preset 3 anwählen, welches einen Low-Cut setzt und somit den Subwoofer seine eigentliche Arbeit machen lässt. Und das Top-Teil kümmert sich um den Mitten- und Höhenbereich. Preset 4 ist das schon bekannte Remote-Preset, welches ich individuell in meiner DSP-Control-Software konfigurieren kann. Bei den Presets gibt es innerhalb der Top-Teile einen Unterschied zu den XR-Modellen. Und zwar verfügen diese über ein Monitor-Preset. Wenn ich also eine XR-Box als Monitor auf der Bühne verwenden werde, wähle ich einfach das Monitor-Preset an und kann sofort loslegen. Professioneller Sound in wenigen Sekunden. Schauen wir uns nun die Netzwerkkontrollmöglichkeiten der Linear 7-Serie im Detail an. Dazu habe ich hier die DSP-Control-Software, welche es auf hkaudio.com für Mac und PC zum Download gibt, gestartet. Und es öffnet sich das Netzwerk-Control-Center, welches mir alle verfügbaren angeschlossenen und eingeschalteten Linear 7-Lautsprecher im Netzwerk anzeigt. Ich habe keinen Switch verwendet. Ich gehe direkt vom Notebook in den ersten Subwoofer, von dem ersten Subwoofer in den zweiten Subwoofer und von dort in das angeschlossene Top-Teil. Im Control-Center sehe ich neben den drei angeschlossenen Lautsprechern die Möglichkeit, dass ich diese direkt muten kann. Dazu muss ich nicht in die Einstellung in der Box gehen und den sogenannten Wink-Button, der es mir erlaubt, optisch die Box auf einer Bühne vom FOA-Platz aus erkennen zu können. Dafür haben wir sowohl auf der Rück- als auch auf der Vorderseite in allen Lautsprechern LEDs eingebaut, die kurz aufleuchten, sodass ich die Box lokalisieren kann und dann entsprechend benennen kann, damit ich sie im Netzwerk genau ansteuern kann und weiß, das ist meine Box links, das ist mein Subwoofer in der Mitte und das ist der Subwoofer rechts. Und somit die Erkennung relativ schnell und einfach finden kann. Darüber hinaus kann ich im Control-Center die Lautsprecher zu Gruppen zusammenfassen, beispielsweise alle Top-Teile oder eine Seite links, eine Seite rechts. Derzeit gibt es ausschließlich Mute-Gruppen. Weitere Gruppenfunktionen sind natürlich in Vorbereitung und werden nach und nach nachgeliefert. Daher lohnt sich immer ein Blick auf die hkaudio.com Website, um Aktualisierungen nicht zu verpassen. Schauen wir uns nun das Unit-Control-Fenster an, welches uns verschiedene Einstellmöglichkeiten innerhalb des Speakers und auch des DSP-outs ermöglicht. Dazu öffnen wir mit dem grünen Pfeil hier rechts direkt neben dem entsprechenden Speaker die Unit-Control-Ansicht. Und es öffnet sich das Hauptfenster. Dieses besteht aus den fünf Bereichen. Ganz links ist das Fenster auch immer gleich mit Main Speaker DSPout. Dieses dient als Navigation zwischen den einzelnen Funktionen. In der Systemansicht hier rechts daneben sehen wir die Möglichkeit Presets lokal von der Festplatte oder einem Datenträger zu laden oder darauf zu speichern, um beispielsweise Einstellungen, die ich bei einem Monitor vorgenommen habe, in einen anderen hineinladen zu können. Weiter finden wir hier die Unit-Presets. Insgesamt zehn an der Zahl. Davon sind drei Werkspresets, die auch nicht veränderbar sind. Das sind die, die wir direkt am Lautsprecher auswählen können, wie ich vorab schon gezeigt habe. Sieben weitere Plätze dienen individuellen Anwender-Presets. Dabei kann ich auch vorhandene Presets, die ab Werk enthalten sind, bearbeiten und auf einem freien Preset-Platz abspeichern. Ich kann mir dann aus der Box alle Presets auf die Festplatte laden, sodass ich die dann auch eins zu eins als Bundle in eine weitere Box hineinladen kann. Weiter unten habe ich einen Wahlschalter, um die entsprechende Unit auszuwählen. Das heißt, ich muss aus dem Kontrollfenster nicht zurück in die Netzwerksteuerung, sondern kann das direkt hier auswählen, wenn ich jetzt beispielsweise vom Top-Teil zum Subwoofer möchte, um dort die Einstellungen vorzunehmen. Ganz unten finden wir noch den Unit Name, den ich hier auch entsprechend umbenennen kann, damit ich eben, wie schon angesprochen, die Box so benennen kann, dass ich sie relativ einfach identifizieren kann. Hier in der Mitte, recht präsent, haben wir den Lautstärkeregler für den Speaker. Ich kann diesen mit der Federsteuerung oder aber auch mit der Eingabe von numerischen Werten hier oben entsprechend einstellen. Ich habe einen Mute-Taster, der sich bei Aktivierung rot färbt, sodass die visuelle Rückmeldung sehr schnell gegeben ist und einen Invert-Schalter, der die Phase um 180 Grad dreht. Dieser färbt sich gelb. Gleiche Steuerungselemente haben wir für den DSP-Out, also einen Lautstärkeregler, Mute und Invert. Hier auf der rechten Seite haben wir in der Main View eine Übersicht über den Limiter, sowohl für den Speaker als auch den DSP-Out. Dieser kann hier nicht konfiguriert werden, das mache ich in der jeweiligen Ansicht. Er dient eher als Überwachungstool, damit ich auf einen Blick alle Einstellungen zum Speaker, zum DSP-Out hier in diesem Fenster habe. Gehen wir nun weiter in die Speaker-Ansicht, sehen wir schon ein etwas umfangreicheres Display zum Einstellen der insgesamt zehn verschiedenen EQ-Punkte. Dabei stehen mir verschiedene EQ-Typen zur Verfügung mit verschiedenen Gütewerten und einen Hochpassfilter sowie einen Tiefpassfilter. Ich kann das Delay einstellen sowie den Limiter entsprechend einstellen und auch hier habe ich wieder die Möglichkeit zu Muten, die Phase zu drehen und auch die Lautstärke einzustellen. Ich kann das Fenster mit den EQ-Punkten auch vergrößern, sodass ich hier wesentlich genauere Eigenschaften vornehmen kann und dadurch eine wesentlich bessere Kontrolle über den eingestellten Frequenzverlauf habe. Ebenfalls die gleichen Einstellungen finden sich im DSP-Out. Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass alle hier vorgenommenen Einstellungen vom EQ über das Delay über den Limiter sowie die Lautstärke sich ausschließlich auf das Signal auswirken, welches am DSP-Out anliegt und in keinster Weise den Speaker, den ich hier angewählt habe, betreffen. Möchte ich jetzt vom Top-Teil, wie wir es hier gerade konfiguriert haben, einen Subwoofer anwählen, gehe ich einfach hier im Hauptwindow Main auf Unit und wähle einen entsprechenden Subwoofer auf. Es wird neu geladen und hier sehen wir im Endeffekt die gleichen Einstellungen, wie wir es auch für das Top-Teil hatten, mit dem einzigen Unterschied, dass beim Speaker kein Hochpassfilter ist, welcher beim Subwoofer auch wenig Sinn machen würde. Das ist die HK-Audio DSP-Control-Software erhältlich bei HK-Audio.com und ermöglicht eine einfache nutzerfreundliche Fernsteuerung des Linear 7-Portfolios. Nachdem wir uns nun in den vorangegangenen Minuten detailliert mit der integrierten Technologie in der Linear 7-Lautsprecherfamilie beschäftigt haben, fassen wir noch mal zusammen, was Linear 7 auszeichnet. Wir haben hochwertigste Gehäuse aus Bilke Multiplex beim Subwoofer, Hybrid-Gehäuse aus MDF Bilke Multiplex in den Top-Teilen. Wir haben innerhalb der Serie einen professionellen Subwoofer. Wir haben vier verschiedene Top-Teile für unterschiedlichste Anwendungen, davon zwei mit 30 Grad Schräge im Gehäuse zur Nutzung als Monitor, zwei leistungsstarke Top-Teile für die Front-PA, die 112-FA sowie die 115-FA. Wir haben integrierte DSP-Technologie. Wir haben integrierte Presets zur schnellen Auswahl der perfekten Einstellung für meine gewählte Anwendung. Wir haben qualitativ hochwertige Anschlüsse, Power-Con, ESA-Con, verriegelbare XLR-Ein- und Ausgänge, einen integrierten DSP mit DSP-Out zur Einbindung nicht-netzwerkfähiger Lautsprecher in ein Linear 7 Setup. Interessant ist noch, dass wir natürlich auch an die Details denken. So haben wir professionelle Griffschalen, die den Arbeitsalltag vereinfachen. Wir haben in den Top-Teilen 112-FA und 115-FA den Duo-Tilt-Adapter. Der es erlaubt, die Box ohne weitere Montagenotwendigkeiten in einen 3-Grad- bzw. 7-Grad-Winkel zu versetzen. Es wird professionelles Zubehör geben wie Regenschutzhüllen, die den Betrieb auch bei Schlechtwetter im Freien erlauben, ohne dass die Box dabei Schaden nimmt und ich trotzdem alle Anschlüsse und Einstellungen erreichen und sehen kann. Darüber hinaus haben wir gerade für diesen hier gezeigten Cardioid-Aufbau eine Rear-Protection-Plate für den Subwoofer im Cardioid-Modus entwickelt. Diese erlaubt es zum einen, nach Montage das Anschlussfeld vor Regen zu schützen, aber auch vor Einfluss von Gewalt, falls man dagegen kommt, sodass alle Anschlüsse geschützt sind, aber auch die LEDs nicht ins Publikum strahlen und damit keinen störenden Effekt entzielen. Das ist die Linear 7 Serie. Weitere technische Details zu den verbauten Pascal-D-Endstufen, zum Gehäuse, zu den verwendeten Treibern, zum Frequenzgang, findet ihr auf hkaudio.com. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.